Ich begrüße Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Sie hörten den Klang einer Friedensglocke, einer Peace Bell, die mein heutiger Gast eigenhändig aus Kriegsschrott gegossen hat. Mit diesem Klang stimmt er sonst seine Konzerte ein. Er ist in vielfacher Hinsicht ein außergewöhnlicher Mensch, ein Musiker, ein Gottsuchender, Michael Patrick Kelly. Ein Mann mit drei Leben. In seinem ersten Leben wurde er mit der legendären Musikgruppe Kelly Family zum Kinderstar einer ganzen Teenager-Generation. Auf dem Höhepunkt seiner Karriere bricht Paddy, wie man ihn liebevoll nannte, mit allem und zieht sich zurück in ein Schweigekloster in Frankreich. Dieses zweite Leben dauert sechs Jahre. Dann kommt er wieder zurück, zurück mit einem dritten Leben zur Musik. Wer ist nun Michael Patrick Kelly? Im heutigen Gespräch möchte ich mit ihm über seine drei Leben sprechen, über Religion und Musik, über Glaube, Liebe und Hoffnung. Ich freue mich auf dieses Gespräch, lieber Michael Patrick. Vielen Dank für die Einladung. Die sehr netten, einführenden Worte, Milad. Sie starten den Tag eigentlich jeden Morgen mit einem Gebet. Darf ich Sie fragen, wofür Sie heute gebetet haben? Also ich fange meinen Tag immer mit einem Danke an. Es ist einfach so, dass ich mich bei Gott bedanke, dass ich atme, dass ich lebe, dass ich einen neuen Tag geschenkt bekomme. Und bitte einfach auch für Demut und dass ich auch höre auf Menschen, auf Natur, auf die Ereignisse. Weil für mich spricht Gott in erster Linie über die Realität. Und das ist für mich immer sehr spannend zu wissen, welche Realität werde ich heute erfahren. Und ja, deswegen freue ich mich sehr auf unser Gespräch. Ja, schön. Ihr Vater war irisch-katholisch, die Mutter protestantisch. Wie haben Sie diese intra-religiöse Beziehung eigentlich wahrgenommen? Das Interessante ist, ich wurde gar nicht sehr religiös erzogen. Also es wurde zu Hause nicht gebetet oder Bibel gelesen oder ab und zu ging man auch in die Kirche. Aber es war ja so ein vagabunden Lifestyle und deswegen hatte man nicht diese Regulary Routines, wie andere Leute mit Schule und mit Sonntag zur Kirche oder, keine Ahnung, Freizeit am Wochenende. Von daher ist es bei mir eher sehr spät, ist ein Interesse für Religion, für Glaube, für existenzielle Fragen erweckt worden und durch eine persönliche Entscheidung. Also es war gar nicht so, dass ich es von oben mitbekommen habe. Und das war einfach ein persönliches Interesse. Wann fing das Interesse eigentlich an? Denn wenn man bedenkt, Sie haben mit 15 einen Welthit geschrieben, An Angels. Das ist wirklich unbemerkenswert. Wie kamen Sie dazu? Ja, also ich denke, man kann sich das ein bisschen so vorstellen wie in so einer Zirkusfamilie. Man wird einfach hineingeboren und sieht, wie die älteren Geschwister da so jonglieren oder irgendwelche Akrobatics machen und dann will man als kleines Kind einfach das auch. Und so fing es bei mir mit der Musik einfach sehr, sehr früh an. Also ich habe Musik quasi mit der Muttermilch aufgesaugt und es ist meine zweite Natur geworden. Und so habe ich mit neun oder zehn angefangen, meine ersten Songs zu schreiben. Und ich habe einfach sehr viele Songs geschrieben und mit 15 kam dann dieses eine Lied, was auch wirklich viele Türen geöffnet hat. Und ich habe keine Formel. Ich glaube, jeder Künstler würde sich wünschen, zu wissen, wie es geht, einen tollen Hit zu schreiben. Aber ich finde, der Sänger von Copley hat es sehr schön gesagt, Songs don't come from us, songs come to us. Also man redet von Inspiration, da kommt irgendwas zu uns sozusagen. Genau. Aber warum Angels, warum Engel? Was für eine Beziehung haben Sie eigentlich zu den Engeln? Also ich hatte einen Traum, in dem ich einen Engel gesehen habe, der einfach frei rumfliegen konnte. Und das fand ich so schön. Und das war so eine Sehnsucht. Hey, ich wünschte, ich könnte das auch. Ich wünschte, ich wäre wie du. Und ich glaube, diese Sehnsucht hat viele Menschen einfach ins Herz gesprochen, weil es gibt viele Menschen, die aus ihrer Situation raus wollen und wegfliegen. Und ja, das ist... Aber ich habe jetzt nie wirklich so, wie soll ich sagen, Engelerscheinungen gehabt oder so. Vielleicht auch zum Glück. So gut, so heilig bin ich auch nicht. Ja, ich meine, Sie haben es kurz auch angesprochen, wenn wir uns einfach im ersten Leben kurz zuwenden. Wenn man dieses Leben genauer betrachtet, dann scheint es so zu sein, dass diese keinen festen Rhythmen kennt. Sie sind einfach in einer Großfamilie aufgewachsen, in einer Musikerfamilie, Straßenmusik gemacht hat, mit Touren und Konzerten später auch noch unterwegs war. Was für ein Familienbewusstsein haben Sie eigentlich heute? Also meine Eltern waren sehr außergewöhnliche Menschen. Also mein Vater war Lehrer, dann hat er Politik gemacht, dann war Antiquitätenhändler, Unternehmer. Er war Visionär und er liebte Kunst, Philosophie. Und meine Mutter war Tänzerin, Ballerina und spielte Klavier. Und die hatten beide diesen Traum, als singende Familie die Welt zu bereisen und versuchen, den Menschen Freude und Hoffnung zu bringen. Das war so ein bisschen dieses Dream, den sie hatten. Und dann hat mein Vater irgendwann einen Doppeldeckerbus gekauft. Und da stand drauf, the world is our castle. Also nicht, my home is my castle, sondern die Welt ist unser Schloss. Und er war auch sehr geprägt von diesem Buch von Jack Kerouac, On the Road. Und da steht irgendwo, wheels are freedom. Und Freiheit war ein großes Thema für ihn. Er wollte frei leben und seine Kinder frei erziehen. Also ich bin nie zur Schule gegangen. Mein Vater hat Homeschooling gemacht, lange bevor die Pandemie es in Europa legalisiert hat. Deswegen sind wir auch viel rumgereist, weil Homeschooling nicht überall erlaubt war. Und meine Frage ist ja gerade, was für ein Sinn der Familie wird hier vermittelt? Also sehen Sie auch etwas Kritisches im Rückblick heute, wo die sagen, das war unglaublich schön. Also das wollen sie in gewisser Weise auch nicht missen, weil auch die, sie zu dem gemacht ist, was sie heute sind. Aber zugleich gibt es vielleicht auch ein kritisches Moment. Also ich glaube, kritisch, also einerseits positiv würde ich sagen, gab es einen sehr starken Familienhalt. Wir waren wirklich alle sehr one. Und die Musik war das verbindende Element. Aber kritisch gesehen würde ich sagen, vielleicht war das manchmal zu sehr in sich selbst kreisen. Also dass man nicht wirklich viele andere soziale Kreise hatte, sondern Family war number one. Und das geht, glaube ich, irgendwann auch gegen die Natur, weil jeder dann irgendwann seine eigene Family auch aufbauen will und seine Individualität und persönliches Gut vor dem Gemeingut stellen möchte. Und das war vielleicht ein kritischer Punkt, wo ich sagen würde, vielleicht wäre es gut gewesen, dass man eine Alternative zur Schule findet. Es gab immer Freunde und Kinder, die zu uns kamen, weil sie das einfach faszinierend fanden. Aber ja, und dass man einfach auch viel unterwegs war, lange bevor es WhatsApp und E-Mail gab. Also da konnte man keine Freundschaften wirklich, also langfristige Freundschaften pflegen. Aber ich glaube, kein Leben ist perfekt. Man kann nicht alles haben. Ich bin im Großen und Ganzen sehr dankbar für dieses Alternative Way of Life, den meine Eltern mir mitgegeben haben. Und etwas später, als der große Erfolg in den 90er kam, das war wirklich teilweise erschreckend, wenn Tausende von Teenager-Kids da so mit diesen hohen, frequenzierten Stimmen schreien. Da muss man immer ein bisschen mit umgehen. Und es gab schon so Momente, wo ich ein bisschen überfordert war. Ja, nee, das glaube ich. Ich glaube auch, die Familie, so wie ich es sehe, erlebe auch in ihrer Vita, sie sind eine öffentliche Person, es sieht nicht so aus, als hätten sie eine Wiederholung dieses Familienbewusstseins vor. Dass sie so eine Familie auch weiter tradieren wollen, sondern sie nehmen, so nehme ich sie wahr, das Positive heraus. Aber sie scheinen auch ein anderes Bild der Familie auch für sich gewonnen zu haben. Ja, es ist interessant, weil es gibt ja Freunde von mir, also mein bester Freund zum Beispiel, wir teilen nicht die gleichen Gene, aber es gibt Sachen, die erzähle ich nur ihnen. Und die erzähle ich keinem meiner Geschwister oder meiner Frau. Ich glaube, man kann mit Menschen, die nicht die gleichen Gene teilen, mehr vereint sein als mit biologischen Grundlagen. Nichtsdestotrotz gibt es innerhalb meiner Familie auch Freunde, also Geschwister, die ich als Freunde sehe. Aber ich glaube, Familie sucht man sich nicht aus, Freunde schon. Und ich bin für beides dankbar, also wirklich. Ja, schön. Sie haben, Ihre Eltern sind verstorben, Ihre Mutter haben Sie mit fünf Jahren verloren. Ich glaube, es ist schlecht formuliert, oder? Kann man eine Mutter verlieren? Das ist eine gute Frage. Ich glaube schon. Also ich glaube nicht, dass man einen Tod schönreden kann. Es ist ein Bruch. Es ist ein Mangel, eine Leere, die dann entsteht. Und ich habe eigentlich wenige Memories von meiner Mutter. Aber es gibt sehr viele Video- und Fotoaufnahmen von ihr. Und ich habe sehr viel von meinem Vater, von meinen Geschwistern mitbekommen. Und vor kurzem habe ich auch Tagebücher von ihr gefunden. Und habe mich da reingelesen. Und das ist so spannend, weil jetzt entdecke ich meine Mutter auf eine Art und Weise, die ich vorher nicht kannte. Und das sind sehr, sehr private, intime Themen, über die sie sich schreibt. Und auch viel über ihren Glauben. Sie war eine sehr gläubige Frau, was ich so nicht wusste. Also sie war sehr, sehr tiefgläubig. Und das ist schön, dass man da einfach ein vielleicht echteres Bild von seiner Mutter bekommt. Weil die Performances on stage sind darstellende Kunst. Und da gibt man in der Regel sein Best-of. Aber auch mal Schwächen zu sehen oder Zweifel oder Sorgen, Ängste. Das ist sehr, sehr interessant. Bei den Tagebüchern, haben Sie etwas irgendwo sich selbst wiederentdeckt? Eine Eigenschaft, eine Innenwelt, die Sie bei Ihrer Mutter... Verschiedene, ja, tatsächlich. Es gibt so ein paar Aspekte. Also man merkt, dass sie einfach ein Herz hatte, was anderen Menschen einfach Liebe schenken möchte. Und da finde ich mich ein bisschen wieder, ohne mich jetzt irgendwie als tollen Mensch da hinzustellen. Aber ich will einfach, dass es anderen Menschen gut geht. Und sei es durch die Musik, sei es in meinem Freundeskreis. Wenn ich merke, hey, da geht es einem gerade nicht gut, oder dann möchte ich für diese Person da sein. Also ich versuche es, aber es gelingt mir nicht immer. Und das hatte sie. Und vielleicht kommt das von ihr. Das andere ist ihr tiefer Glaube an Gott, also auch an Jesus. Und ich wusste nicht, dass sie so eine betende Frau war. Also sie hat wirklich jeden Tag auch gebetet und in ihren Tagebüchern Dialoge mit Gott auch so geführt. Und das ist interessant, ja. Also ich fand das sehr, sehr spannend. Ja, und vor allem bewegend. Absolut. Ja, aktuell beschäftigt mich das Thema Vertrauen sehr. Und man merkt auch in ihren Tagebüchern, dass das für sie, sie war ja in vielen, also meine Mutter war in vieler Hinsicht auch überfordert. Bei so vielen Kindern und jeder kommt zu kurz und dann gibt es da ein Problem und hier ein Problem. Und dann reist man von A nach B und dann Performances. Und ja, dass man lernt zu vertrauen in Situationen, wo man nicht weiter weiß, dass man diesen Vertrauensvorschuss gibt. Das ist etwas, was ich sehr spannend finde und da bin ich noch Schüler. Ja, ja, wäre nicht. Sie haben auch ihr ein Lied gewidmet in ihrem neuen Album Boats mit dem schönen Titel Mother's Day. Lassen Sie uns einen kurzen Ausschnitt. Gerne. Gerne. Ich hoffe, es hat euch gek800 Riff. Untertitelung des ZDF, 2020 Welche Geschichte erzählen Sie hier? Also mein Album Boats, das sind die Initialen für Based on a True Story. Und jeder Song basiert auf einer wahren Geschichte. Und die Geschichte dieses Liedes ist, dass ich ein halbes Jahr, nachdem meine Mutter starb, zum Muttertag einfach Blumen bringen wollte. Und ich kam am Friedhof an und hatte nur so ein paar Feldblumen mitgebracht, die ich auf dem Weg dahin gepflückt hatte. Und dann stellte ich fest, dass alle anderen Grabsteine tolle Blumensträuße, dann stellte ich fest, dass die anderen Gräber tolle Blumensträuße hatten. Und dann habe ich einfach als fünfjähriger Junge alle Blumen geklaut und auf das Grab meiner Mutter gelegt. Und diese Bilder, die wir jetzt gesehen haben, das war die Wiedergutmachung. Also da bin ich mit diesem Pickup-Truck hingefahren, um das wiedergutzumachen, weil ich glaube, als Kind meinte ich es gut. Aber es hat mich immer in meinem Gewissen ein bisschen gekratzt, dass ich diese Flowers geklaut habe. Und die Leute im Dorf waren sehr, sehr gerührt und ein paar haben auch geweint. Und ja, jetzt ist der Kreis irgendwie geschlossen und darüber handelt dieses Lied. Wow. Ich meine, von Roger Williamson ist der schöne Gedanke überliefert, dass er einmal sagte, die erste Religion der Menschheit ist die Mutterliebe. Ah. Können Sie ihm zustimmen? Ich glaube schon, dass es in vielen tatsächlichen archäologischen Funden gibt es ja auch Mutterschaft, Fruchtbarkeit ist ja in vielen Naturreligionen auch ein großes Thema. Und es bleibt für uns Menschen, glaube ich, auch irgendwie so ein Mystery, wie Leben entsteht und dann in so ein Belly of a Woman da so wächst und dann rauskommt. Und ich glaube, man muss realistisch sein. Man darf eine Mutter nicht vergöttern, verehren, ja, aber so anbeten finde ich übertrieben, weil eine Mutter ist auch nur ein Mensch und auch a mortal human being und nicht immortal. Aber ich verstehe dieses, ja, das ist die erste Person, von der man Liebe bekommt, Leben bekommt und auch die ersten zwei, drei Jahre zwischen Mutter und Kind ist eine sehr wichtige Zeit für die psychologischen Fundamente des Lebens. Und wenn diese Bindung nicht da ist, dann merkt man, dass es Menschen gibt, die... Genau das, was sie am meisten interessiert, gerade nämlich Vertrauen. Ja. Das ist das, was sozusagen die Mutter per se verkörpert. Ja. Ja, schon bewegend. Lassen Sie uns zu Ihrem zweiten Leben rübergehen. Ganz brachial. Der bedeutende muslimische Theologe Al-Ghazali aus dem 11. und 12. Jahrhundert berichtet selbst, dass er, nachdem er großen Ruhm und Anerkennung und Würdigung erfahren hat, dann plötzlich eine tiefe Leere in sie spürte, in eine tiefe Krise gestürzt ist, in eine Art Sinnarmut. Und hat keinen Gefallen an irgendetwas gefunden, was er sonst gerne getan hat. Was passiert mit ihm? Er kann seinen Mund nicht mehr öffnen, er kann nicht mehr sprechen. Wow. Er kann nicht mehr essen, nicht mehr trinken. Was macht er? Er bricht mit allem. Und verlässt seine Lehrtätigkeit, seinen Ruhm, seine Familie und begibt sich auf eine spirituelle Reise. Okay. Zehn Jahre. Wow. Kommt Ihnen die Geschichte bekannt vor? Ja, da sind so ein paar Parallelen tatsächlich. Also ich kenne diesen Theologen nicht, aber das, was Sie berichten, kommt mir tatsächlich bekannt vor. Ich hatte mit Anfang 20 mit der Familie einen Wahnsinnserfolg erlebt und Stadien gespielt und lebte in einem Schloss. Und ja, alles, wovon viele Menschen träumen, hatte ich mit sehr jungen Jahren schon alles erlebt. Und trotzdem merkte ich, dass da so eine große Leere da ist und dass man etwas, was man Glück nennt oder Frieden nennt, nicht in den Supermarkt kaufen kann. Oder mit noch mehr Autos, noch mehr goldene Schallplatten. Und das hat mich auf der Suche nach mehr gebracht. Mehr im Sinne von Sinn, von Gott, von Glück, von Frieden. Und das war meine spirituelle Suche. Wie hat sich diese Leere angefühlt? Furchtbar, furchtbar. Ja, ja, das ist, es ist so, als würde man leben, aber nicht existieren. Man, man, also, nee, es ist so, als würde man existieren, aber nicht leben. Ja, so rum. Man ist, also man atmet, man isst, man, aber ist, man ist wie tot. So, es ist einfach so alles verwirrend, sinnlos und verzweifelt. Und dann, ja, ich weiß, ich kann vielleicht von Depressionen reden, von seelisches Leid oder so. Und da möchte man einfach raus. Und es ist interessant, weil ich hatte in der Zeit eine Dokumentation im Fernsehen gesehen über eine Marienwahlfahrtsort in Frankreich gesehen, Lourdes, wo sechs Millionen Pilger jedes Jahr hingehen. Und ich dachte erst, das ist nur für Omas, ja. Und was soll ich da mit Halleluja und, ach nee, ich bin doch ein Popstar da. Aber es war wie ein Magnet. Das hat mich so hingezogen. Und dann habe ich mich auf den Weg gemacht und bin da hin. Und da habe ich zum ersten Mal wirklich Frieden gespürt. Und das war schwer zu beschreiben, aber ich habe Frieden gespürt. Und das war wie so erfüllend. Diese Leere wurde mit diesem Frieden voll. Und da habe ich angefangen zu beten. Da habe ich einen Hosenkranz gekauft. Und da habe ich angefangen, einfach jeden Tag erst mal drei Perlen. Und dann wurden es zehn. Und irgendwann war es the whole rosary. Und das gab mir Frieden. Das gab mir Ruhe und Peace. Und auch dieses Repetitive hat ja was Beruhigendes. Wie findet man in einem Kloster, einem Schweigekloster, eigentlich Frieden? Also ich habe Schwierigkeiten, hier ruhig zu sitzen. Ich glaube, hier habe ich grenzengroß geschrieben, nicht wackeln. Nicht wackeln. Sonst bin ich einfach, Unruhe ist in mir. Daher, ich will Sie verstehen. Wie finden Sie, also hat sich diesen Frieden plötzlich eingestellt? Sie sind dort in einer anderen Stimmung, in einer anderen Lebenswelt. Und das hat Sie sozusagen gepackt. Oder hat sich das allmählich entwickelt? Es war ein Prozess. Es war ein Prozess. Also mit Anfang 20 hatte ich ja diese Krise. Und dann habe ich auch eine Psychotherapy gemacht, so eineinhalb Jahre. Also heute spricht man unter jungen Menschen viel mehr über Mental Health und solche Issues. Aber damals, wenn jemand erzählt, ich gehe zum Therapeuten, wenn ich sage, was ist mit dir los? Jedenfalls war das ein Weg, um zu versuchen, Ordnung und, keine Ahnung, irgendwie mein Leben zu sortieren. Und das andere war der Interesse im Glauben, in Religion. Und ich habe auch den Koran in der englischen Übersetzung gelesen und habe mich ein bisschen mit Buddhismus beschäftigt und dann vor allem mit der Bibel. Und dann bin ich einfach in Klöster gegangen und habe nach einer Quelle gesucht. Und das war so ein Prozess von drei, vier bis fünf Jahren. Und jedes Mal, wenn ich an so Orte war, spürte ich diesen Frieden, diese Ruhe, dieses Glück, was man nicht auf Amazon bestellen kann. Klar, klar. Wie kann man sich dieses Schweigen vorstellen? Also haben Sie wirklich dann die ganze Zeit, war das wirklich ein Schweigegelübde, das Sie abgelegt haben? Also das Kloster, das Kloster, in das ich dann 2004 eingetreten bin, war ein Schweigekloster im Sinne, dass man so zweieinhalb Tage pro Tag, zweieinhalb, hör mal. Also in Kloster gab es zweieinhalb Stunden pro Tag, wo still gebetet und meditiert wurde. Und sonst hat man tagsüber auch nicht viel gesprochen. Es war also ein Schweigekloster. Und die ersten Monate waren für mich sehr, sehr schwierig, weil ich kam ja von einem Popstar-Lifestyle zu einem Nobody und einfach still und schweigen und hören. Und das Schöne an der Stille ist, dass man, also ich war ein sehr, ich war vor der Klosterzeit ein sehr extrovertierter Mensch. I was always running away from something or running towards something. Also ich war immer auf der Flucht, aber nie wirklich bei mir oder in mir. Und das hat geholfen, einfach erstmal irgendwie anzukommen. Und so wie der griechische Philosoph Sokrates sagte, erkenne dich selbst, know yourself. Und ich musste mich erstmal kennenlernen. Wer bin ich? Und dann, wenn du schweigst, wenn du da in der Kapelle einfach stundenlang sitzt oder kniest oder stehst, dann hörst du erstmal in dich hinein. Und dann, was ist denn da alles los? Und da sind irgendwie, keine Ahnung, das ist ein bisschen wie Tauchen gehen. Dann, oh, schöne Koralle hier, oh, die ist aber tot. Oder guck mal, hier ist eine alte Plastikflasche, das räumen wir jetzt mal weg. Oder wow, schöne Schildkröte. So ist das, wenn man so ein bisschen in sich hineinhört. Man findet Schönes und nicht so Schönes. Erinnerungen oder Projektionen in die Zukunft, Ängste, Sorgen, Wünsche, Sehnsüchte. Also diese Welt mal zu entdecken, the inside, the interior human being, das ist ein Prozess, der Jahre braucht. Und ich hatte auch sehr viel zu verarbeiten. Klar, klar. Und also die ersten Monate, wie gesagt, waren sehr schwer, einfach fünf Minuten still zu sitzen. Ich bin immer und heute noch ein Opfer von Aktivismus. Always doing something. So, dieses Augustinus sagt, I will not rest until I rest in thee. Also Augustinus sagt, und ich werde nicht ruhen, bis ich in dir ruhe. Und das bezogen auf Gott. Und ich habe diese Ruhe gesucht und war sehr rastlos. Und es hat ein paar Jahre gebraucht, aber irgendwann kam diese Ruhe. Und das macht süchtig. Diese Sucht will ich auch einmal bespüren, ausnahmsweise. Sie haben gerade von Sokrates gesprochen, also der, das am Orakel von Delphi diesen Spruch liest und davon tief beeindruckt ist, wie alle anderen, natürlich Athener auch, die sich damit beschäftigen. Meine Frage wäre, wen haben Sie erkannt, wenn Sie sich selbst erkannt haben? Ich würde die Frage so beantworten. Ich glaube, bis ich Gott als Realität begegnet bin, und ich meine das jetzt nicht im spooky Sinn, ja so, ich habe Gott gesehen, sondern wirklich so realistische Wahrnehmung von einer Gegenwart, die unsichtbar ist, aber die da ist, war ich wie so ein Waisenkind. Ich wusste nicht, wo ich herkomme, wo ich hingehe, warum es mich gibt. Ich bin ja Songwriter. Und jeder Song hat einen Songwriter. Und wenn ich mich jetzt selber als ein Song verstehe oder als ein Werk, ein Kunstwerk, dann kann ich mich selbst nur verstehen, wenn ich den Erfinder frage oder kennenlerne und sage, hey, was hast du dir dabei gedacht, als du mich geschrieben hast? Und so würde ich das beschreiben. Also ich glaube, man merkt das bei Waisenkindern, die nicht wissen, wer ihre biologischen Eltern sind. Manche wollen es wissen, weil sie wollen wissen, wo komme ich her, was habe ich für Gene, wer ist mein Vater, wer ist meine Mutter? Und so war es bei mir mit Gott. Ich wollte wissen, who am I? Aber um sich wirklich selber zu finden, muss man, glaube ich, den Urheber, den Autor, den Erfinder, den Schöpfer seiner Seele finden. Und diese sechs Jahre haben mir diese Antwort gegeben. Und das ist so schön, das tut so gut, wenn man das erleben darf. Lieber Michael Patrick, hat das Schweigen eine Melodie? Ja, sehr viele sogar, sehr viele. Und wie klingt das? Ja, ich glaube, manche, manches, also meine Songs sind oft, glaube ich, aus dieser Quelle der Stille entstanden. Es ist interessant, weil mein Beruf als Musiker ist ja eine, wo man Töne, Klänge, Laute von sich gibt. Und viele dieser Songs kommen aus der Stille, aus dem genaue Gegenteil. Und das ist für mich eine Quelle von Inspiration. Also ich nehme jeden Tag eine halbe bis dreiviertel Stunde stille Zeit, also stilles Gebet. Und das tut sehr, sehr gut. Das habe ich aus dieser Klosterzeit in meinen heutigen Alltag mit rübergenommen. Aber es ist manchmal auch schwer, still zu sein. Mein Handy, keine Ahnung, die Gedanken. Man ist vielleicht, also sinnlich gesehen, still, aber innen drin ist ja auch viel Noise. Ja, klar, klar. Ich meine, Sie waren ein Mönch, Sie haben auch einen neuen Namen bekommen. John Paul Mary. John Paul Mary, ja. Wo ist er? Also was ein Mönch charakterisiert, ist, dass es jemand ist, der Gott sucht. Und das ist geblieben. Also ich glaube, wenn man Gott findet oder sich finden lässt von Gott, bleibt es trotzdem an ongoing process. Das ist wie in einer Beziehung, wie in einer Ehe. Man liebt jemanden, man kennt jemanden, aber über die Jahre lernt man auch neue Aspekte und Facetten kennen. Und so ist es, finde ich, auch in der Gottesbeziehung, dass man dieses unglaubliche Mysterium, ist ja unerschöpflich. Und ich nenne Gott den unsichtbaren Regisseur meines Lebens. Ja, ein schönes Bild. Welcher Teil von Ihnen ist immer noch im Kloster und schweigt? Wahrscheinlich der tiefste Teil von mir. Also es gibt einen Song, das heisst Happiness. Und da gibt es eine Zeile, I found the inner chamber that echoes eternity. Ich habe die innere Kammer gefunden, in der die Ewigkeit echoes hinterlässt. Und das ist nach wie vor da. Also ich wohne nicht mehr in einer Klosterzelle, aber ich habe in mir so etwas wie eine Klosterzelle mitgenommen. Und ja, heute, ich finde auch Gott im Showbusiness oder, keine Ahnung, in einer Tankstelle. Also ich finde, wir leben in Gott wie Fische im Wasser. Sie merken es nicht, sie schwimmen einfach so rum. Aber dieses Klick, dieses Bewusstwerden von he is always everywhere and he is always loving me and he is always there, das ist mein Glück. Also da, ja. Wissen Sie, wenn ich einmal kritisch nachfragen darf, weil ich glaube, Sie sind selbst ein sehr kritischer Geist, daher erlaube ich mir dies. Gerne. Ja, der Weg zum Mönchsein, das ist ja auch diese gewählte Armut, diese gewählte wenig sein. Sie haben von nobody sein, also niemand sein wollen. Weniger Lärm hören, hat ja auch etwas Luxuriöses. Das kann ja auch sich nicht jeder leisten, in Frankreich in einem Kloster sich zurückzuziehen und Frieden zu finden. War das ein Thema für Sie, dass Sie sich auch, denn das, ich meine, wo findet man heute Ruhe? Ja, ja. Ja, definitiv. Also ich, es gibt einen Satz von Jesus, wo er sagt, he who loses himself will find himself. Und ich musste mich quasi verlieren oder loslassen, abgeben, aufgeben, um wirklich sich selbst zu finden. Und ja, ich denke, manchmal muss man irgendwie zu sich sterben, um neu geboren zu werden. So wie so eine Raupe, die irgendwann zum Schmetterling wird. Und das Kloster war wie eine, ja, wie eine, sagt man das, Geburtshelferin oder so? Ja, ja, Hebamme. Genau, das Kloster war für mich wie eine Hebamme, in der diese Wiedergeburt, diese neue Geburt stattfinden konnte. Und auch die des Musikers. Das Interessante ist, ich war, bis kurz vor der Klosterzeit, hatte ich die Leidenschaft für Musik fast komplett verloren. Und in der Klosterzeit haben die älteren Menschen mir empfohlen, Musik zu machen. Ich wollte komplett mit alles abschließen. Nein, 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 mach doch wenigstens eine Stunde in der Woche Musik. Und da habe ich die Freude an Kunst, an Musik neu geschenkt bekommen, weil es zwecksfrei war. Es war jetzt nicht für einen Radio-Hit oder für eine Tournee, sondern es war einfach der Freude willen. Und das war für mich auch die Wiedergeburt des Musikers. Und da bin ich sehr, sehr dankbar für. Ich war vor kurzem tatsächlich in Frankreich in diesem Kloster, wo ich ein Noviziat war und war dann in diesem Keller, wo ich sonntags diese Songs geschrieben habe. Und es war ein sehr, sehr schöner Moment, da nochmal hinzugehen und zu sehen, wo die Geburtsstelle des Musikers war. Und das ist, also ich mache so ein, zweimal im Jahr so drei bis fünf Tage Schweigetage, also Einkehrtage im Klöster und schalte das Handy aus und gehe offline, aber gehe online with the Lord. Und dann chattet man so mit Gott quasi. Ja, das ist gut. Da braucht man ganz andere WLAN anschließen. Ganz andere WLAN. Als Sie wieder dort waren, haben Sie eine Veränderung gespürt? Waren Sie der Gleiche von damals? Hat sich da was getan? Ja, also ich bin nicht mehr der Gleiche. Das war schon sehr interessant. Da kommen viele Memories hoch. Also mir kamen auch die Tränen, weil es einfach sehr intensive Jahre waren, sehr besondere Momente, aber auch schwere Momente. Sie sprachen vorhin von Verzicht und es war wirklich eine Zeit, wo man auf viel verzichten musste. Also angefangen mit im Zelibat leben oder keine Konzerte zu geben oder nicht wann und wie man will, einfach zu reisen, sondern man ordnet sich eine Regla de Vita unter und lebt mit 60, 70 Mönchen aus 25 Nationalitäten. Manche mag man, manchmal mag man gar nicht. Ja, also das ist ja auch wie so ein Sack Kartoffeln, in dem man so sich aneinander reibt. Ja, und aber es war eine großartige Zeit, von der ich bis heute sehr, sehr viel ziehe. Und ich bin auch nach wie vor mit manchen dieser Mönchen von damals befreundet. Und einer von denen aus meinem Jahrgang schickt jeden Morgen so WhatsApps mit so Impulse, mit so einem Tag, mit so Bibelstellen. Und wenn ich Zähne putze, dann höre ich mir das an und das ist a good start of the day. Ja, ja. Ich meine, die Frage, sozusagen die Frage ist, was hat Sie aus dem Kloster herausgebracht? Ja, es ist, ich bin in den letzten zwei Jahren sehr oft krank geworden. Erst war es eine Grippe, dann Hirnerkältung und dann hatte ich eine chronische Erschöpfung, dann hatte ich ein Virus, dann hatte ich eine Bakterie. Also one thing after another. Und die älteren Mönche haben das so als Zeichen interpretiert. Und die haben mir gesagt, Junge, in der Regel spricht Gott über die Realität und die Realität ist, dass dein Körper hier nicht mitmacht. Und du bist kein Engel, du bist ein Mensch und Mensch besteht aus Körper und Seele und Geist. Also go get a girl, get back into music and go with God. Das waren sozusagen die Empfehlungen. Und es fiel mir anfangs sehr schwer zu akzeptieren, dass ich nicht bleiben konnte. Im Nachhinein bin ich dankbar für diese Einsicht, weil ich bin so ein irischer Dickkopf. Ich will dann wie so ein Captain mit dem Schiff sinken. Und das war eigentlich sehr, sehr schlau von diesen Menschen. Die haben mehr Erfahrung mit diesem Leben als ich. Man muss dazu berufen sein. Ich glaube nicht, dass jeder Mensch ins Kloster muss, um sich selbst zu finden oder Gott zu finden oder den Sinn des Lebens zu finden. Aber ab und zu offline gehen und sich bei Gott einloggen, kann nicht schaden. Also mir tut es unfassbar gut. Sie wenden sich auch große Themen zu. Das kann man, glaube ich, gut sagen. Auch in dem neuen Album sind große Themen Hoffnung, Liebe, Glaube. Alle sind sehr präsent, aber dennoch erzählen sie die großen Themen an echten, berührbaren Menschen. Und mir scheint es, dass sie auch natürlich auch vielfach sagen, dass sie eine unbändige Liebe für die Menschen empfinden. Und das nervt mich unglaublich. Wissen Sie, warum? Weil ich finde... Sie hassen die Menschen. Wie können Sie das nur? Natürlich bin ich auch ein Humanist und liebe Menschen, weil es so sein soll. Aber es ist auch etwas ganz Ungeheuerliches, ein Mensch zu sein. Hat das was mit Ihrem Glauben zu tun? Darauf will ich hinaus. Hat das was damit zu tun, dass Gott Mensch geworden ist in der Gestalt von Jesus von Nazareth? Und dieses Bild sich bei Ihnen so eingeprägt hat, dass Sie an ihm sozusagen die Menschheit gänzlich lieben? Das was Sie sagen, das ist die Antwort. Sie haben die Frage gestellt und die Antwort gegeben. Da merkt man, dass ich nicht sehr geübt bin. Aber ich versuche Sie jetzt weiter... Wissen Sie, was mich dabei sozusagen in Unverständnis zurücklässt, ist, ich kann nicht an einen Gott glauben, der Mensch geworden ist. Gerade das ist der Punkt. Also ich liebe das Christentum. Das Christentum ist ein unglaublich tiefgreifender, wenn Sie so wollen, theologisch-logisch nachvollziehbarer. Ja, ja. Aber wäre nur Gott nicht Mensch geworden? Und diese Menschwerdung, also das, wo Sie Ihre ganze Quelle, Ihres Glaubens schöpfen und Ihre Liebe für die Menschheit, das ist vielleicht vor dem Hintergrund meiner Biografie, Kriegsgehen, was auch immer, ist gestört. Und ich frage mich, wie können Sie noch an den Menschen glauben, der natürlich viel Unheil stiftet auf diesem Punkt? Natürlich, natürlich. Also diese Fragen hatte ich mit Anfang 20. Also ich hatte auch an die Existenz Gottes getweifelt. Weil ich glaube, wenn es einen Gott gibt, wie kann er so viel Schlimmes erlauben hier, was auf Erden los ist? Und das ist eine nicht einfach zu beantwortende Frage. Wie soll ich sagen? Ich selber habe meine eigenen Grenzen entdeckt, meine eigenen Schwächen. Ich habe auch viele Dummheiten gemacht. Ich habe vielleicht fast alle zehn Gebote mehrmals gebrochen. Und dass ich trotzdem geliebt werde. Dass es zum Beispiel ein Freund, ein echter Freund kennt dich und liebt dich trotzdem. Das ist, was mir Hoffnung gibt. Und das ist, was ich in Jesus finde. Petrus hat ihn geleugnet. Judas hat ihn verraten. Und er ist da gekreuzigt und sagt, Vater, vergib ihnen. Denn sie wissen nicht, was sie tun. Also er nimmt auch die menschliche Schwäche an. Und wir müssen nicht perfekt und gerecht sein, um geliebt zu werden. Das ist, was mich total anzieht bei Jesus. Weil ich merke, ich kann auch ein Verbrecher sein. Aber wenn ich das bekenne und mich wende, dann kann ich dieses Grace bekommen, der Vergebung. Und es gibt einen Song auf meinem Album, das heißt Icon. Und da geht es um einen Häftling im Gefängnis. Also ich trete manchmal auch in Gefängnissen auf. Und der hatte so einen langen Bart und war ein sehr ausgeglichener Mensch. Und ich dachte so, das kommt mir nicht vor wie so ein Krimineller. Und ja, der wollte mir unbedingt seine Zelle zeigen. Und dann bin ich mit ihm zu seiner Zelle und die war vollgestapelt mit Ikonen. Er war Ikonenmaler geworden. Er hat lebenslängig bekommen. Ich weiß nicht wofür. Aber im Gefängnis hat er so eine Conversion erlebt. Und ist Mönch geworden. Und so eine Ikone wird über drei Monate lang gemalt und gebetet und meditiert. Und er ist dann nach seiner Zeit nach Griechenland gegangen, in ein Kloster und ist Mönch geworden und hat da weiter Ikonen gemalt. Das sind Redemption-Stories, die mich inspirieren als Songwriter. Weil da ist jemand, der was Böses getan hat, der diese Welt so furchtbar macht, der wie eine Kreppe sich wendet und auf einmal den Rest seines Lebens in Buße verbringt. Wieder gut machen, mit Gebete, mit Fasten, mit Opfer. Und das sind so Sachen... Wir müssen das Thema wechseln, weil ich merke, dass ich weich werde. Das kann nicht so weitergehen. Und das ist wichtig zu erwähnen, dass Sie ein kritischer Geist sind, auch in religiöser Hinsicht. Sie haben einen Titel in Ihrem neuen Album, Fake Messiah. Lassen Sie uns erst mal einen Ausschnitt aus diesem Song zu anschauen. Ja... Ja, es sind wirklich berührende, bewegende, starke Zeilen auch in diesem Song drin. So etwas wie, wer bist du, dass du das Licht tötest. Worum geht es Ihnen in diesem Song? Was wollten Sie zum Ausdruck bringen? Ja, Fake Messiah ist ein Song über den Missbrauch von Gott oder Religion als Rechtfertigung für Gräueltaten. Ja, also sei es im Christentum oder im Islam oder in anderen Religionen, man sieht immer wieder Situationen oder Menschen, die with God on our side, also die bösesten, schlimmsten Dinge anrichten. Und mir war es einfach wichtig, auch einen, ja, mir war es wichtig, einen Positive Protest Song zu schreiben, der auch den Missbrauch von der christlichen Glauben einfach beleuchtet. Also, ich hatte in Südafrika eine Begegnung mit einem jungen Mann, dessen Vater, ja, überzeugt von der Apartheid-Ideologie war und furchtbare Dinge gemacht hat. Und dann hatte er eine Begegnung mit Nelson Mandela und ist komplett ein anderer Mensch geworden. Er ist Arzt und seitdem verbringt er seine ganze Zeit damit, als Arzt ohne Grenzen quasi, in Dörfer zu gehen, wo Menschen sich keinen Arzt leisten können und sie umsonst zu behandeln, als Wiedergutmachung. Weil er wirklich schlimme Dinge getan hat. Und das ist ein Thema in der zweiten Strophe und der ersten Strophe, da geht es um diese Umerziehungsschulen und Programme von Staat und Kirche in Kanada und USA, wo man die American Native People versucht hat, in ihre Identität zu brechen. Also, Kill the Indian in the Child war ein Programm, ein Slogan. Und die Haare mussten gekürzt, also Klamotten, alles, was so Identity war, musste gebrochen werden, um eine christliche Identität, eine weiße Identität hineinzustampfen. Stampfen, stumpfen, also das sind Sachen, da sage ich, das ist so ein Widerspruch mit das, was ich unter christlichen Glauben verstehe. Für mich ist das eine befreiende Religion und ich glaube, es gab keinen Mensch, keine Person, die freier war als Jesus Christus. Ich meine, jemand, der sagt, I am the way, the truth and the life. Wenn du oder ich jetzt, wenn sie oder ich auf dem, wenn sie oder ich hier in Zürich in der Fußgängerzone gehen würden und sagen so, ich bin das Licht der Welt oder ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, die würden uns einsperren. Und Jesus hat das gesagt und da gibt es einfach eine Entscheidung. Entweder er spinnt oder er spricht die Wahrheit. Und, ähm, aber ja, Fake Messiah ist ein Song, der... Darf ich Sie kurz, äh, bei dem Zitat, das Sie jetzt erwähnen, sehen Sie da auch nicht einen kritischen Punkt, äh, dort, wo er dann dadurch auch andere ausschließt? Wenn er der Weg ist und die Wahrheit, dann kann kein anderer der Weg auch ein Weg und auch eine Wahrheit sein. Ähm, ähm, also diese Leute missbrauchen genau dies. Ja, ja, definitiv. Ähm, also ich glaube, das ist eine sehr gute Frage. Also Kierkegaard hat mal gesagt, äh, es gibt so viele Menschen, äh, Kierkegaard hat gesagt, dass es so viele Wege zu Gott gibt, wie es Menschen gibt. Ich glaube schon, dass der Weg zu Gott ein individueller ist, ein persönlicher ist. Ich glaube aber, dass es ein Gott gibt und nicht viele Götter oder jeder macht seinen Gott. Wissen Sie, was ich meine? Ja, klar. Genau wie es Wahrheit gibt. Also es gibt subjektive Wahrheit, aber auch objektive Wahrheit, ne? Also subjektiv empfinde ich oder Sie diesen Moment hier anders, aber objektiv erleben wir beide diesen Moment. Wissen Sie, was ich meine? Und so verstehe ich es auch in der Religion, im Glauben, dass es eine wahre, also dass es einen wahren Gott gibt. Und leider, ähm, respektieren wir unsere unterschiedlichen Auffassungen nicht immer und dominieren mit unserer Meinung die anderen. Und darum geht es auch in diesem Song Fake Messiah. Also das ist für mich nicht Messiah. Messiah ist erlösend und das ist bindend und das leiden Menschen bis heute unter diesen Konsequenzen, weil die letzten Umerziehungsschulen, die gab es ja noch in den 50er und 60er und das ist grauenhaft, was da gemacht wurde. Schauen Sie, wir sind auch schon tief in Ihrem dritten Leben drin. Und das ist auch wichtig so. Eigentlich sind Sie von Anfang an derjenige, der über all das reflektiert in dieser dreifachen Phase. Wir haben die erste Phase des Lebens als eine Phase beschrieben, die eben keine Rhythmen kannte. Die zweite Phase ist aber eher eine Phase, die mit vorgegebenen Rhythmen vonstatten geht. Und es ist sehr bewegend zu hören, wie Sie aus diesen beiden Rhythmen Ihren eigenen Rhythmus gewinnen konnten. Einen freien, selbstgewählten, selbstbestimmten. Mich interessiert vor allem die Rolle Ihrer Frau. Und zwar deshalb, weil ich mich frage, wer ist sie in Ihrem Leben? Ist sie die Familie? Die Familie? Ist sie ihr Kloster? Ist sie Ihr Rückzugsort, Ihre Musik? Und jetzt dürfen Sie Ihre Liebenserklärung loslassen. Jetzt haben Sie mich in der Ecke. Eigentlich spreche ich sehr wenig über mein Privatleben, aber ich singe die ganze Zeit darüber. Also alle meine Lieder sind ja voll von der Liebe meines Lebens. Ich versuche Ihre Frage zu beantworten, ohne zu viel Privates von mir zu geben. Ja, also ich glaube, wenn man einen Menschen findet, der einen liebt, für wer man ist, dann ist das sehr viel wert. Und das ist, würde ich sagen, eine der Qualitäten meiner Frau, dass sie mich in- und auswendig kennt. Mit allen Versagen und Schwächen des Alltags, auf der Bühne gebe ich immer mein Best-of. Und dann denken die Leute, wow, der ist immer toll. Aber zuhause gibt es auch mein Worst-of. Und man hat ja bei so einem Konzert auch wahnsinnig viele Hormonausschüttungen, Endorphine, Dopa. Aber zuhause hat man dann the morning after, da ist man wie so ein Hangover. Und mir war es wichtig, jemanden zu finden, die mich liebt, für wer ich bin und nicht für das, was ich mache. Also ob ich Erfolg habe oder nicht, ob ich in der Öffentlichkeit stehe oder nicht. sondern diese tiefe Identität, die ich bin und das ist so schön, wenn man das hat im Leben. Und ja, also meine Frau ist für mich ein Geschenk des Himmels. Ich kann es nicht anders erklären. Es ist nicht a match made in Tinder, sondern a match made in Heaven. Und es gibt sicher auch Beziehungen, die durch Tinder entstehen, die schön sind. Aber ich habe das anders gemacht und bin sehr, sehr dankbar für dieses Gegenüber, was mich sieht und liebt, wie ich bin, vergibt auch. Es gibt einen schönen Spruch, eine gute Ehe besteht aus zwei vergebenden Menschen. Weil man muss sich ja auch vergeben für Versagen, für Fehler, für Shortcomings. Ja, ich verstehe. Sie sind auch jemand, der sich auch als ein Friedensaktivist begreift, auch in diesem dritten Leben. Wir haben auch die Sendung mit dem Klang einer Glocke ja anklingen lassen. Ich frage mich, ob wir es wagen sollten, etwas zu machen, was so selten gemacht wird. Nämlich, Sie sind auch bekannt als Mystery Man. Sie schreiben sehr viele Texte, Sie haben eine ganz inspirierende Art auch zu singen und Menschen zu bewegen. Ich frage mich, woher kommen diese Texte? Was halten Sie davon, dass wir zumindest ein, zwei Strophen hier live versuchen hinzubekommen? Wow. Ich bin Ihr Angel sozusagen im Hintergrund und Sie können einfach, vielleicht über den Frieden, über Ihre Peace Bell, was wäre etwas, was ein Song geben kann, was sonst ein Prosa-Gespräch nicht die Kraft dazu hat? Oh, schön. Aber Sie schreiben, glaube ich, auch Gedichte, oder? Ja. Dann, vielleicht können wir das zusammen machen, oder? Weil ich brauche in der Regel sehr viel Zeit für Texte. Wenn wir zu zweit sind, kriegen wir es vielleicht in zehn Minuten irgendwas hin. Was mich in der Tat, im Unterschied zu Ihnen, war ich ja etwas vorbereitet. Daher, mich hat sehr bewegt, die Geschichte, die Sie hier erzählen. Nämlich aus dem, was kriegerisch benutzt wird, das Ganze umzuwandeln und das eigenhändig zu machen. Und ich fragte mich, das müsste man doch, das ist doch ein Motiv. Ein Motiv, das uns zeigt, Frieden ist nicht etwas, was Sie erklären. Frieden ist etwas, was wir machen, was wir auch gestalten. Dann warum nicht so etwas wie, come and form peace with your hands. Oder come and forme Frieden. Oder form. Also die Peace Bell-Idee ist tatsächlich die der Transformation. Also im Ersten und Zweiten Weltkrieg wurden um die 150.000 Kirschenglocken beschlagnahmt, um mit diesen metallen Waffen herzustellen. Und ich habe diesen Prozess umgekehrt. Ich habe aus Kriegsschrott, also aus Granathülsen von Verdun und so, das eingeschmolzen und eine Peace Bell gegossen. Und es ist ziemlich groß. Und die wird bei den Konzerten immer geläutet, um eine Friedensminute einzuleiten. Und es ist ein sehr, sehr starker Moment, wenn 10.000 Menschen kurz die Klappe halten und alle schweigen. Und das ist eine Wahnsinnskraft, die man da in der Luft spürt, wenn alle einfach innehalten. Und das ist etwas, was ich auch immer wieder bei meinen Konzerten mache. Und das ist sozusagen die kleine Peace Bell. Und ja, das ist, also wir, es ist möglich, Frieden zu schaffen. Es gibt viele Projekte, die ich unterstütze, also präventive Projekte, aber auch Post-War-Projekte. Sie wollen nicht rausreden, oder? Um nicht die Strophe zu halten. Ach so, nein, wir waren ja bei dem Gedicht. Ich, Verzeihung, ich habe einmal kurz, dann kommen wir noch mal zurück zu der Poem. Wie wäre es, wenn man, ich finde, Frieden, also ich habe versucht, mit der Peace Bell was Haptisches, was Hörbares zu schaffen, weil Frieden klingt immer so abstrakt. Also wenn ein Krieg ist, dann weiß jeder, was fehlt. Aber wenn kein Krieg ist, dann, man kann von inneren Frieden sprechen, von gesellschaftlichen, politischen Frieden sprechen. Aber vielleicht könnten wir Frieden personifizieren. Also dass wir ein Du, einen Namen geben. Hey Du, come and sing. Oder wie wäre es, wenn der Frieden uns anspricht, dass man es so dreht, so wenn ich der Chef der Welt wäre. Oder so, if I was the boss of the world, so, dann gäbe es das, das, das nicht. Und, äh, oder ever since the beginning of time, no, I've been around, I've been around ever since the beginning of time. Also mich gibt es schon, seitdem es die Zeit gibt, so. Aber you don't like me, oder sowas. Oder? Ich weiß nicht. Ja. Weil ich fand das sehr schön, was Sie vorhin meinten, dass es Ihnen schwerfällt, an einen Gott zu glauben, der Mensch wird, wenn Menschen so böse sein können. Aber Jesus wurde auch abgelehnt. Er wurde auch ans Kreuz genagelt. Und er kam in die Welt als Licht der Welt. Und man wollte dieses Licht nicht. Das hat einen gestört. Vielleicht kann man also... Den darf es nicht geben. Ja. Er ist der Frieden, den es nicht geben darf. Ja. Den es immer schon gegeben hat. Das wollen Sie. Ja, oder ist das... Ja, nee, das ist schön. Oder wollen Sie lieber auf Transformation gehen? Nein, nein, nein. Auch gerade ein Angesprochener von Frieden zu sein. Die Perspektive ist sehr berührend. Ich sehe Michael Patrick Kelly vor 10.000 Menschen, der alle hinzieht und mitzieht mit einem Gesungenen, was eigentlich sonst der Klang von so etwas hört, als ein Angesprochener des Friedens. Wir werden das Lied nicht zu Ende machen können, aber das ist ein Open Process. Let's do it. Etwas, was... Also in diesem Titelsong Boats, da gibt es eine Zeile, come on, let's write some wrongs. Und das ist ja ein bisschen so diese Transformation. Man nimmt aus etwas Wrong eine Materie, die Menschen zusammenbringen sollte für friedliche Ereignisse, und dreht sie und macht daraus ein Instrument des Tötens, die Menschen auseinanderreißt, und wir nehmen das nochmal, diesen Wrong und transformen es zu einem Right. Aber das gibt es schon. Aber dieses Come... Also ich finde, Frieden schließt man mit dem Feind, nicht mit dem Freund. Und Frieden muss auch nicht immer heißen, alles ist gut, wir verstehen uns, we can agree to disagree. Toleranz ist ja auch nicht alle sind happy und alles ist Harmonie, sondern Toleranz heißt das Ausharren, Aushalten, was einem nicht passt. Also Kompromiss, Politik ist ja voller Kompromiss. Come and be with me and agree to disagree. Lassen Sie uns das im Stillen noch weiter spinnen. Sehr gut. Ich meine, Sie haben auch in diesen Boats, in Ihrem CD, auch in Ihrem neuesten Album, wahre Geschichten erzählt. Und meine letzte Frage wäre, welche Story, welche Geschichte wollen Sie eins selbst sein? Eine musikalische oder eine gläubige? Ich hoffe, eine wahre, eine wahre Geschichte, ob als Gläubiger, als Mann, Mensch, Christ. Wahrheit setzt mich frei und ich glaube, wir leben in einer Zeit, wo man von einer Krise der Wahrheit sprechen kann. Es gibt wirklich die gleiche Realität wird von verschiedenen Seiten völlig anders gesehen verstanden und dann entstehen so Fights. Aber ich versuche, ein wahrer, echter, authentischer Mensch, Musiker, Christ zu sein. Und es ist nicht immer einfach. Es braucht Mut, weil es ist einfacher, sich die Sachen schönzureden oder in Wunschdenken zu verfallen oder zu lügen. Also ein Mensch lügt im Schnitt eins bis zehnmal am Tag. Es kann eine Notlüge sein, es kann eine Blunt-Lie sein. Aber ich habe gemerkt, immer wenn ich lüge oder gelogen habe, das hat nur zu, verzeihen Sie das Wort, Scheiße geführt. Oder zu, ich weiß nicht. als Künstler. Das stört einfach. Ja. Also in einer Beziehung zum Beispiel, wenn Lügen im Spiel sind, das dauert nicht lang. Das geht in die Hose. Also Vertrauen kann nur entstehen, wenn wirklich man wahrhaftig miteinander umgeht. Und von daher, ja, es wäre schön, wenn ich irgendwann meine Zeit hier hinter mir habe, dass man vielleicht sagt, er war jemand, der die Wahrheit gesucht hat und versucht hat, wahrhaft zu sein. Ich möchte nicht als Hero dargestellt werden, weil ich kenne mich zu gut, das bin ich nicht. Vielen Dank. Vielen Dank für das bewegende und inspirierende und frische Gespräch. Danke dir. Danke Ihnen. Spaß gemacht. Ja, ich wünsche Ihnen einen wundervollen und hoffentlich auch musikalischen Sonntag. Closel for nectar 으로 drittet 루� тысяч Musik 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 Musik